Soeben habe ich mit meiner Mutter wieder in Begleitung den Bahnhof von Valor erreicht. Das ist der Grenzbahnhof nach Frankreich. Hier fährt der C-Chevé durch von Lausanne nach Paris. Einen kurzen Blick auf unsere Wanderkarte. Gestartet sind wir beim Bahnhof in Valor. Zuerst ging es Richtung Orb runter, der Orb entlang bis zur Höhle. Dort haben wir die sehr imposante Höhle besichtigt. Nachher ging es wieder zurück, diesmal auf einem anderen Weg zum Bahnhof von Valor. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Der Bahnhof von Valor. Die Bahnhof von Valor. Er ist ein großer Wanderer. Der Bahnhof von Valor. Drei Barber. Im Untertitelung. Der Bahnhof von Valor. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020